Im Namen des Bergkastenhauses Furt, im Namen der Pizzolbahnen und auch im Namen der FDP Werdenberg und der FDP Sarganserland begrüsse ich Sie hier ganz herzlich zur heutigen Bundesfeier, wo wir auch daran denken dürfen, dass die Eidgenossenschaft 727 Jahre alt wurde oder gemäss dem modernen Bundesstaat 170 Jahre alt wurde. Sie wurde nämlich am 12. September 1848 gegründet. Die Eidgenossenschaften 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 Für mich ist der 1. August ein bisschen ein Tag der Besinnung, den man im Moment durchaus besinnlich einnehmen kann. Gleichzeitig ist es aber auch entscheidend, dass sich auch das Milizsystem, das die Schweiz sehr erfolgreich gemacht hat, das auch würdigen tut. Deshalb ist es für mich durchaus auch wichtig, eine 1. August-Ansprache zu hören, weil auch das ist eine Tradition, die wir die Höhren pflegen. Ich weiß, ich darf dich niemals verlieren. Ich geh wagen bis ans Ende der Welt, ohne einmal viel Zeit zu. Eine Liebe, das ist alles, was denkt, und ich fühle dich alles zu. Ich geh wagen bis ans Ende der Welt mit dir. Ich geh bis ans Ende der Welt mit dir. Dann fangen wir wieder runter an. Wunderbar, ich würde gerne von da und von da. Das ist die Dopplerone. Ja, gerne. Und das ist die Himbeer. Das ist wunderbar, danke vielmals. Hoppla, Entschuldigung. Das ist ein Problem. Soll ich ein halbes oder ein drittel? Nein, ein halbes ist sehr schön. Kein drittel von diesem. So, ist es gut? Das ist wahnsinnig gut. Das ist ein kleines Stoff. Das ist ein kleines Stoff für das nächste. Noch so ein bisschen. Geht? Dann haben wir schwarze Anisbäde. Dann haben wir schwarze Anisbäde. Dann sind wir nicht mehr. Dann rufen hierher. Dann kannst du da, okay? Schwarze Anisbäde. Schwimm dir noch ein Stück Stoff. Ja, sicher. Ja, sicher. Ja, Markus Oppliger. 1. August Pizzol. Grammelt. Voller Parkplatz. Zwangssonne. Natürlich, es ist in 1. August Gerede. Aber an diesem liegt wahrscheinlich nicht. Das ist eigentlich die Liebe zum Pizzol. Das vermute ich jetzt einmal. Wie ist die Saison bis jetzt verlaufen? Danke. Die Saison ist bis jetzt sehr gut verlaufen. Wie du weisst, haben wir ja bereits im Mai angefangen mit dem Sommerbetrieb. Früher haben wir erst im Juli angefangen. Und seit zwei Jahren fangen wir bereits im Mai an. Und das zahlt sich aus. Die Leute kommen sehr gerne hier hoch am Berg. Und was ich sagen kann, jetzt bis Ende Juli haben wir rund 20% mehr Ersteintritte im Sommer, als wir das letzte Jahr hatten. Und das ist natürlich vor allem das geniale Wetter, das wir jetzt haben, schon verantwortlich dafür. Aber selbstverständlich auch die Freude und Treue der Leute am Pizzol gegenüber. Rosige Aussichten. Die Saison war ja immer relativ gut. Und jetzt sogar noch besser. Also man ist auf gutem Weg jetzt, nach dem Entscheiden im April, wo man ja aufgeschnuppt hat. Ja, das ist so. Ich möchte halt einfach auch da wieder sagen, bei uns ist es wie bei einem Fussballspiel. Wir kennen das Resultat, wenn der Scheidsrichter abpfeift. Und bei uns ist das Spiel fertig, wenn das Geschäftsjahr oder die Saison fertig ist. Wir haben das letzte Jahr gesehen, wo wir auch hervorragend gestartet sind. Im super Juli, super August und dann ein sehr verregneter September. Also das kann halt von einem Tag auf den anderen kippen. Aber wir haben jetzt einen sehr guten Start hingelegt. Das Wetter kann man nicht beeinflussen. Aber natürlich eben das Engagement von denen, die in Pizzol arbeiten. Und eben auch das Engagement von denen, die den Pizzol nach aussen tragen. Also eines muss ich ja sagen, die Pizzol ist und bleibt beliebt. Es wäre jammerschad gewesen, so etwas zu öffnen, oder? Ja, da bin ich auch der Meinung. Das ist auch ein Grund, wieso, dass der Verwaltungsrat, die Geschäftsleitung, alle Mitarbeitenden, zusammen mit den Vertretern aus Politik und Behörden und vom Kanton, wir haben gekämpft. Und ja, wir sind natürlich extrem dankbar, dass die Bevölkerung bei diesen Abstimmungen so tolle Ergebnisse gebracht hat. Du bist jetzt Verwaltungsratspräsident. In dieser schwierigen Zeit hast du es nie bereut. Wie ging es dir so? Schlaflose Nächte? Oder wie sieht das aus? Also schlaflose Nächte im eigentlichen Sinn habe ich nicht. Aber man kann sich schon vorstellen, dass vor allem die Zeit vor den Abstimmungen, die ist relativ happig gewesen. Und da hat man sich dann schon gefragt, was passiert, wenn die Zustimmungen nicht kommen. Und da haben wir natürlich auch den einen oder anderen Plan B entwickelt. 1. August jetzt, das heisst also 7 Tage von der Pressekonferenz, die dann auch bekannt wird. Der Jahresbericht nebst anderem, was mit dem Aurea läuft, der ja selbst verkauft wird. Wir sind gespannt, wir berichten natürlich darüber. Jetzt sind wir am 1. August hier oben. Was bedeutet dir jetzt persönlich den 1. August, vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Pizzol? Also der 1. August, und das zeigt sich schon seit vielen Jahren, ist ein Tag, wo sehr viele Leute den Freitag nutzen und dann da am Berg hochkommen, um zusammen zu sein, um die Natur zu geniessen, um einen schönen Freitag zu verbringen. Mit Freunden, mit Kollegen, mit Bekannten. Und das halt in einer herrlichen Situation, in einem herrlichen Gebiet. Und es zeigt auch heute wieder, die Leute schätzen das Angebot halt schon wahnsinnig. Wir sind jetzt auf der Furt, also wir sehen hinten da die grauen Hörner, links Furt, rechts Alpine, es hat viele andere Restaurante. Wir kennen natürlich aber auch den Zubringer Bad Ragaz, wir kennen das Problem von den zwei Zubringern. Aber in den verschiedenen Gesprächen, die ich habe, stelle ich fest, die zwei Zubringer, die braucht es irgendwie. Und da müssen wir auch sagen, auch die Ragazenseite natürlich extrem viel zu bieten, also man kann gar nicht abschätzen, was ist jetzt wo. Es ist ein Gesamtheitswerk der Pizzol irgendwie. Absolut richtig. Wir haben mit dem Furt und mit dem Bardiel eigentlich zwei Ausgangspunkte für das ganze Pizzolgebiet. Und beide Ausgangspunkte, die sind eigentlich schon recht gut besiedelt. Wir haben hier Hotels, wir haben Gastronomiebetriebe, wir haben Ferienhäuser, wir haben Lagerhäuser. Und es ist einfach zwingend, dass wir die beiden Gebiete erschliessen können. Jetzt sind sie erschlossen mit der Bahn. Ob das in 20, 30 Jahren auch noch so ist, das kann ich heute natürlich noch nicht sagen. Klar ist aber, dass wir unbedingt schauen müssen, dass wir die Gebiete erschliessen können und dass die Leute von hier aus ihre weiteren Aktivitäten, sei es im Sommer oder sei es im Winter, wahrnehmen. Und jetzt wird es noch hoch nostalgisch. 1. August Schlesse und kurz vor der Ansprache von Marc Mecher. Es geht gerade noch sechs Minuten. Wir hören die Elbhörner. Ich geh mal wieder hoch, oder? Ganz genau. Und jetzt, jetzt auf einmal auf … Und jetzt? Ja, das war das ja. Liebe Gäste von dieser 1. August-Feier hier auf dem wunderschönen Bizzol. Ich war hier oben schon zwei Trümmer an der Veranstaltung, aber so schön Wetter gab es noch nie, als ich hier oben war. Also ernst, du hast dir bestens gesorgt, dass auch die Vorausbedingungen bestens sind. Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen, geschätzte FDP-Familie. Was feiern wir heute am 1. August eigentlich genau? Offiziell heisst es, der 1. August sei der Nationalfeiertag der Schweiz. Was ist aber da schon ein Nationalfeiertag? Meine noch relativ jungen Kinder haben mir auch gefragt, was denn das eigentlich sollte heute am 1. August. Und auf ihre Frage habe ich es einfacher gemacht und habe gesagt, das ist der Geburtstag der Schweiz. Somit war ihnen sofort klar, um was es sich beim 1. August handelt. Aber, wie es so ist bei Kindern mit Geburtstag, kommt natürlich sofort die Rückfrage. Ja, und was ist denn mit den Geschenken? Was sollen wir dem Land denn überhaupt schenken? Nun, bevor ich auf das Geschenk möchte sprechen kommen, das ich dem Land gerne würde geben, möchte ich aber die Frage zuerst aufwerfen, ob es überhaupt Anlass gibt, um zu feiern. Ich beantworte diese Frage sofort und mit einem klaren Ja. Denn dem Geburtstagskind und somit auch uns allen geht es sehr gut. Wir haben den Wohlstand erreicht, dass das Land seit seiner Gründung 6.12.91, ernsthaft, was du errechnet hast, oder vielleicht das Datum irgendwo dazwischen, oder allenfalls sogar 1848, wo aber der Wohlstand noch nie so gross war wie jetzt. Wir verfügen über eine moderne, eine intakte Infrastruktur. Klar, das muss ich als Bauchef sagen. Aber ich glaube, wir dürfen das auch durchaus stolz sein, was wir haben. Und ich glaube, wenn man es ins Ausland sieht, wird es teilweise auch gefällig, was wir da für Qualitäten haben. Wir haben auch ein Staatswesen, das funktioniert und für uns in der Regel gute Dienstleistungen erbringt. Wir haben gut ausgebaute Sozialsysteme, die Menschen in Not und bei Bedarf unterstützt. Eine wesentliche Errungenschaft der Schweiz ist sicherlich auch die direkte Demokratie, die einem Volk ein echtes Mitsprachenrecht ermöglicht. Dank dieser Demokratie mit einem ausgeprägten Föderalismus finden alle Stimmen in Politik und Gesellschaft Gehör. Es gehört auch zur gelebten Schweizer Demokratie, dass wir unterschiedliche Meinungen diskutieren und ganz wichtig dabei auch respektieren. Im Weiteren versuchen wir, dass Meinungen von Minderheiten in Lösungsfindungsprozessen, wenn immer möglich, auch eingebunden werden können. Es findet deshalb bei Gesetzes- und teilweise sogar auch bei Verordnungsveränderungen sogenannte Vernehmlassungen statt, welche möglichst breit angelegt werden, um allen Akteuren eine Chance zu geben, ihre Meinung zu tun. Insgesamt meine ich, haben wir einen sehr hohen Stand an der Partizipation erreicht, den wir als Schweizer als normal anschauen. Im internationalen Vergleich zeigt sich aber, dass es eben nicht so selbstverständlich ist, dass verschiedene Meinungen und Differenzen respektiert werden. Wenn wir die Schweiz verlassen und uns in anderen Ländern herumschauen, sieht man klar, dass die Toleranz und damit meine ich auch die Qualität der Demokratie in den letzten Jahren stark unter Druck gekommen ist. Ungarn, Polen, Türkei oder Venezuela, um nur einige Länder zu erwähnen, da sind Personen oder Parteien an der Macht, welche andere Meinungen klar unterdrücken und mit verschiedenen Mitteln auch solche Meinungen mundtot machen. So liest man auch oft, dass in diesen Ländern momentan Populisten am Werk sind. Das Wort Populismus wird heute zwar schnell ins Mund genommen, unbestritten ist aber, dass zu viel Populismus auf längere Zeit schädlich ist. Warum? Populisten sprechen anderen die politische Legitimation ab. Sie erklären sich zur einzigrichtigen Stimme. Und sehr oft sagen sie von sich selber, sie sind die Einzigen, die als Volk vertreten. Denn nur sie hätten den wahre Volkswillen verstanden. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass auch in der Schweizer Demokratie keine Wohlfühlveranstaltung ist. Das muss ja nicht sein. Auch bei uns wird teilweise mit harten Bandagen gekämpft. Populisten sind jedoch der Meinung, dass Teil der Bevölkerung, das sind meistens Minderheiten, nicht einmal das Recht haben sollen, sich an gesellschaftlichen Diskussionen zu beteiligen. Ausserdem bewirtschaften sie die Ängste der Menschen. Sie untergraben demokratische Institutionen und sehr oft auch Pressefreiheit. Minderheiten dienen sehr oft als Sündenböcke für anstehende Probleme, wie zum Beispiel eine wirtschaftliche Schwäche. Die Ex-US-Außenministerin Madeleine Albright hat vor wenigen Wochen ein Buch veröffentlicht, in dem sie vor autoritären Tendenzen in Europa und in der USA warnt. In einem Interview hat sie zu diesem Thema gesagt, man setzt auf den Angstfaktor, nicht auf den Hoffnungsfaktor. In einigen Ländern, in denen Populisten ein Nährboden findet, sind auch die Bildungssysteme mangelhaft. Das hat bewusst oder unbewusst dazu geführt, dass die Bevölkerung den Anschluss verpasst und sich auch für die Zukunft nicht mehr rüsten kann. Wir wissen in der Schweiz, dass langfristig ein schlechtes Bildungssystem fatale Auswirkungen hat und das Potenzial eines Landes stark limitiert. Die Bevölkerung wiederum schenkt solche Staatswesen, die eben kein gutes Bildungssystem haben, die eben Populisten am Werk sind, schlussendlich wenig Vertrauen und es herrscht Misstrauen und Verärgerung vor. Man glaubt selber nicht mehr daran, dass solche demokratische Systeme fähig sind, die Situation zu verbessern. Ängstliche und wütende Menschen sind häufig empfänglicher für sogenannte Phantomängste und vermeintliche Bedrohungen. Und genau da setzen Populisten dann wieder an und behaupten, mit einfachen politischen Rezepten jedoch sehr komplexe Herausforderungen von einem Land zu lösen. Problematisch wird die Situation, wenn die Menschen an der Macht sind, auch noch die Medien für ihre Zwecke manipulieren. Oder gar missbrauchen oder neuerdings auch ihnen Lügenpresse vorwerfen. Letzteres erleben wir sogar in einem Land, das sich stets für echte Demokratie engagiert hat und bereit war in der Vergangenheit dafür auch Kriege zu führen. Es geht konkret um die USA. Sie können nun die berechtigte Frage stellen, warum ich Ihnen am Nationalfeiertag der Schweiz von Problemen von anderen Ländern erzähle. Aus meiner Sicht ist selbst die Schweiz nicht gefeiert vor diesen Trends. Populistische Tendenzen gibt es bei uns sowohl von rechts wie auch von links. In der Schweiz finden diese zum Glück noch Begrenzgehör. Zum einen, weil das pragmatische Schweizer Stimmvolk meist sehr gut zwischen Angstmacherei und Realität unterscheiden kann. Zum anderen, weil unsere Bevölkerung ein feines und sehr geübtes Gespür von politischen Prozessen hat. Das insbesondere, weil es in der Regel alle Quartale an Turnen gerufen wird. Bei uns ist es in der Regel nicht so, dass man eine andere Sache meint und dafür jemanden abstraft. Sondern meistens geht es bei unseren Abstimmungen effektiv um die Sache. In anderen Ländern lässt sich das grüssen. Da stimmt man teilweise über ganz andere Sachen ab als der effektiv sachliche Kontext. Solange unsere demokratischen Parteien die anstehenden Probleme der Schweiz lösen und nicht nur bewirtschaften, haben die populistischen Stimmen – so hofft zumindest ein – auch in Zukunft in der Schweiz schwer. Trotzdem sollten wir die Entwicklungen in anderen Ländern mit Argusaugen beobachten. Denn auch in der Schweiz kann Demokratie unter Druck kommen. Oder findet das in schwachen Zeugen bereits statt? Mögliche Gefahren sind aus meiner Sicht am Horizont absehbar. Die politischen Parteien haben die Aufgabe, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger zu bündeln und zu vertreten. Ohne die gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentarier funktioniert unser politisches System nicht mehr. Genau da haben die Parteien eine wichtige Funktion und sie sind auch stark in der Gesellschaft verankert. Doch leider nicht mehr so wie früher. Und alle von den grossen Parteien erleiten momentan einen Mitgliederschwund. Damit haben wir auch ein Stück weit den Raum verloren, politische Diskussionen zu führen. Dazu kommt, dass unsere Gesellschaft komplexer und individueller, teilweise auch egoistischer geworden ist. Häufig finden politische Diskussionen an ganz neuen privaten oder halb privaten Orten statt, wie zum Beispiel in den sozialen Medien. Das kann dazu führen, dass gewisse Menschen von der Politik nicht mehr gehört werden. Das Resultat ist, dass sich Teil der Bevölkerung der Politik auch damit nicht mehr vertreten fühlt und damit empfänglich wird für einfache Botschafter. Auch die Medienlandschaft in der Schweiz ist in einem Umbruch. Seit einigen Jahren können wir in den Medien einen Trend beobachten, der unserer Demokratie vermutlich eher schadet als nützt. Die Medien neigen vermehrt dazu, Informationen zu vereinfachen und zu polarisieren. Zuschnieden, auf den Punkt bringen heisst es. Zudem orientieren sie sich heute stärker an Personen und an Konflikte. Die Skandalisierung soll angeblich die Leserschaft erhöhen. Und dazu kommt, dass die Ertragslage der Verlagshäuser wegen der Digitalisierung stark am erodieren ist. Darum ist der Qualitätsjournalismus stark herausgefordert. Und wir wissen alle, Journalismus und Medien sind für eine Demokratie ganz entscheidend. Sie sind wichtig. Ich bin überzeugt, dass diese Punkte, die wir uns in der Schweiz vermehrt sollten, Gedanken machen sollten. Auch wenn es uns sehr gut geht. Damit unsere Demokratie auch in Zukunft stark bleiben kann. Erstens brauchen wir mehr politischen Austausch wieder. Und zwar ein Austausch, der öffentlich ist. Und nicht mit privaten oder halb privaten Facebook-Einträgen oder Twitter irgendwo in Äthera reingehört werden. Sondern es sollen echte Diskussionen stattfinden. Und vor allem sollten sich alle Bevölkerungsgruppen an dieser Debatte partizipieren. Aus diesem Grund erachte es auch als wichtig, dass in der Schule, der Staatsbildung und damit auch der Politik wieder erhöhte Beachtung geschenkt werden. Zweitens müssen wir uns auch darauf haben, dass die Macht in der Politik und der Gesellschaft auch in Zukunft auf möglichst viel verteilt wird. Die Zeit der Fürsten in der Schweiz ist längst Geschichte. Auch wenn es heute noch gewisse Personen gibt, die selber meinen, sie seien zum Fürsten geboren. Oder sie hätten eine entsprechende Mission. Was die Schweiz ausmacht, ist ihre Vielfältigkeit und ihr Willen für den Zusammenhalt. Wir brauchen also keine Fürsten oder gar Könige, die persönliche Ziele verfolgen. Sondern viele tatkräftige Hände, die bereit sind, die gesellschaftlichen Probleme pragmatisch anzugehen und Lösungen zu finden. Selbstverständlich ist Gewaltentrennung zwischen Judikative, Legislative und Exekutive eine Basis für eine stabile Machtverteilung. Was wir jedoch nicht vergessen dürfen und damit komme ich zum dritten Punkt ist, dass wir politisches Engagement wieder vermehrt anerkennen sollten und unser Milizsystem damit auch wieder fördern. Denn genau das Milizsystem hilft, die Verantwortung auf möglichst viel zu verteilen. Wenn wir vom Milizsystem sprechen, sind aber nicht nur diejenigen Schweizerinnen und Schweizer gemeint, die neben ihrem Beruf freiwillig ein politisches Amt ausüben. Es sind auch alle anderen Personen gemeint, die mit ihrem freiwilligen Engagement in Vereinen, in Stiftungen, in Organisationen einen Beitrag für die Allgemeinheit leisten. Doch leider hat die Bereitschaft für die Milizarbeit in den letzten Jahren abgenommen. Die Arbeitswelt und auch das Privatleben sind zum Teil komplexer, viel bräuchiger geworden. Und damit finden viele Leute keine Zeit mehr, oder sie meinen zumindest keine Zeit mehr, um sich freiwillig engagieren zu können. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch allen herzlich danken, die im Vorfeld dieser 1. Augustfeier freiwillig hier auf dem Pizzol Arbeit geleistet haben und dazu geführt haben, dass wir heute die Fier hier oben feiern dürfen. Herzlichen Dank an all denen. Ich denke, es wäre eine schlechte Lösung, all die Entwicklungen, nicht die vier jetzt, all die Entwicklungen, die ich vorhin aufgezählt habe, stillschwiegend zu beobachten. Wir sollten die Demokratie nicht als selbstverständlich betrachten. Insbesondere gewisse Entwicklungen im Ausland sollten uns vor Augen führen, dass unsere gelebte Demokratie, auf die wir durchaus auch stolz sein dürfen, ein sehr zartes Pflanzli ist, in dem immer wieder Sorge getragen werden muss. Wir haben ein äusserst austariertes, föderales und direktes Demokratiesystem entwickelt über die Jahrhunderte. Und wir müssen aber dem wieder vermehrte Beachtung schenken und auch pflegen und auch aktiv an dieser Demokratie teilnehmen. Lassen Sie mich deshalb am Schluss meiner Rede nochmal auf meine ganz am Anfang aufgeworfene Frage betreffendem Geburtstagsgeschenk zurückkommen. Ich wünsche mir als Geburtstagsgeschenk für die Schweiz, dass wir wieder vermehrt zur alten Tugend zurückkehren und uns fragen, was wir der Gesellschaft helfen können, anstatt nur auf uns selbst zu schauen. Zum anderen wünsche ich mir, dass wir wieder mehr Interesse an politischen Diskussionen zeigen, uns einbringen und damit einen wichtigen Beitrag zur positive Entwicklung der Schweiz werden leisten. Wer also zukünftig lieber Akteur als Zuschauer sein möchte, der ist aufgefordert, aktiv zu werden und sich zu engagieren. Das ganz im Interesse von unserem Geburtstagskind unserer Schweiz. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus Musik 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 metros Allerweil, 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 Allerweil. Allerweil, 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 Allerweil. Allerweil, 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 Allerweil. Allerweil, Allerweil, Allerweil. Allerweil, Allerweil, Allerweil. Allerweil, Allerweil, Allerweil. Allerweil, 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 Allerweil. Allerweil, 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 Allerweil. Allerweil, 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 Allerweil. Musik Musik